So, seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem wunderschönen, tollen Spiel Tomb Raider 3, Director's Cut The Lost Artifact, Vers 8, wir sind im dritten Level, Shakespeare-Klippe, zweiter Teil, und wie wir hier gut erkennen können, sind wir nun im sagenumwobenen Euro-Channel angelangt, kann man hier lesen. Channel ist anscheinend eine Mischung aus Channel und Tunnel, also der Channel Tunnel, der die England mit dem, ja, Europa quasi verbindet, also durch den Ärmel, unter dem Ärmelkanal, ein Tunnel, und das Spiel ist ja 20 Jahre alt, und da war der anscheinend gerade im Bau oder in Planung, müsste ich jetzt googeln, da haben die Briten also einen Tunnel gebaut, und die Franzosen wahrscheinlich auch, also Kooperationsprojekt mit, was weiß ich, um das zu verbinden, und den werden sie jetzt wahrscheinlich wieder einreißen, oder? Nach dem Brexit, die lustigen Briten, die sind doch kaum noch zu retten, wollen jetzt aus der EU wieder austreten, weil sie meinen, dann wird es ihnen wieder besser gehen, die Idioten, die zahlen da so gnadenlos drauf, dass die so baden gehen, dass es rauscht und pfeift. Da werden sie den Tunnel, Channel auch noch dicht machen, wieder zuschütten, und werden wieder die Monarchie einführen, komplett, und, ja, und dass die Leute, ja, auf Pferden reiten wahrscheinlich, keine Ahnung, nee, nee, das geht nicht, weil wir haben ja die schicken Geländewagen, nee, nee, also gut, keine Pferdegeländewagen, und Robin Hood kommt vielleicht auch wieder, keine Ahnung, die Briten, das sind, das sind schon auch die ganz Schlauen, das muss man auch schon mal sagen, Engländer, deswegen machen die auch so tolle Spiele, gut, paar Vorteile hat es, Engländer zu sein, man kann tolle Spiele machen, mit Lara Croft, gut, aber ansonsten möchte ich nicht in England leben, nee, wirklich nicht, also, die haben da auch so ein Gesundheitssystem, da so zweiter Klasse irgendwie, außer du bist stinkreich, ansonsten kommst du, ähm, kommst du in so ein, ja, Krankenhaus, wo, wo du dich selber versorgen kannst, so ein bisschen auch, naja, ich, äh, gut, ich will, ich will auch kein Engländer sein, nee, so schön es da auch sein mag in England, wir müssen jetzt da rüber, glaube ich, oder, und da kommt jetzt ein Zug, oder, warte, nee, ah, doch, warte, jetzt gerade aber noch gesehen, also schnell rüber, wir müssen aber dahin, weil da ist ein Himmels, äh, warte, da sind wir reingekommen, gell, und dann müssen wir, wir müssen später dann da oben rüber mit dem Aufsitzrasenmäher, und da ist ein Himmels, jetzt kommt aber wieder ein Zug, Achtung, Speichert, die Engländer, ich will kein Engländer sein, so schön es da auch sein mag, landschaftlich, oder was weiß ich, oder, ähm, ja, Schottland ist bestimmt auch optisch recht schön, und so, aber ich will da nicht leben, nee, also, gut, jetzt wollte ich noch, lassen wir es mal, wir holen das Geheimnis, zwei, ähm, ähm, äh, auf den Schienen nach links vom Eingang her gesehen, und bleibe so weit wie möglich auf der linken Seite, läufst du direkt an der linken Wand entlang weiter, ähm, ja, ich habe ja noch einen Tipp gekriegt, man kann sich, wenn man sich, wenn man sich so an die Wand hinstellt, ganz an die Wand, soll es auch gehen, äh, sprinten, kann die sprinten, ja, warte jetzt, kommt der jetzt schon, da hinten ist die Tür, irgendwo links, ganz links, ah, siehste, ah, oh, da schau her, da sind die Pferdchen, oh nee, das habe ich um Graffiti, Graffiti, oder Graffiti, weiß, keine Sau, schau her, wo steht da, da haben die da ein Bildchen hingemalt, schaut ihr das an, Maniac, oder, ähm, Mummink, oder meine Fizz, Fizz, Monster, bla bla, kein Pferdchen, ich glaub's nicht, schau her, da haben wir einen, ja, jetzt kommt Hymnus, schau her, boah, da rein, oh, schau dir das an, ich krieg's blöd, schau dir das an, ja gut, Engländer, so blöd, die auch, naja, so intelligent, die auch sind, können's aber schöne Spiegel machen, die Kord, Kordesign, Kordesign, oh, schau her, was das für eine schicke, Sedimentschichten hier, hallo, und jetzt kommt der Hammer, schnall dich an, jetzt, schau her, und schicke Musik, ja, da, das sind noch so Räder, die er versteinert, und hier, guck, das ist die Rocket, die erste Eisenbahn überhaupt, die heißt Rocket, oder hieß Rocket, und die steht hier noch, schau, die steht hier, da muss aber noch eine Rakete, äh, passend zur Rocket war noch, haben wir die schon, die Rakete, lag da noch eine Rakete, die haben wir schon, das ist die Rocket, die erste Rakete, äh, die, 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 die erste Eisenbahn in der Welt, die steht hier, schau her, das ist, das ist britischer Humor, das gibt's nur in, da ist sogar, ach, da ist der Raketenwerfer, kannst du mal, Google Rocket ist die erste, äh, Eisen, Eisenbahn, die streiten sich ja immer noch, wer die erste Eisen, äh, die erste, äh, ja, Eisenbahn auf 100 Engländer, oder die, die Deutschen, da streiten die noch, da ist noch ein Borger, die streiten ja auch so um einiges, wer da zuerst, auch der erste Düsenjäger, das behaupten die Engländer, werden das, na gut, Entschuldigung, bin gerade erst auf, ich hab extra ein Hustenbonbon, eingeworfen, die Rocket, ja, man kann nichts machen hier, aber, man kann's anschauen, und den britischen Humor bewundern, steht die hier in, in so einer Höhle, haben die die da ausgegraben, da schon, ja, mit Drädern auch noch, an der Wand hier, das glaubst du gar nicht, gut, jetzt haben wir das, zweites Geheimnis, gut, jetzt können wir wieder zurückquatscheln, hoppla, wie gesagt, da geht's nicht weiter, und speichern natürlich, und now, müssen wir, äh, Rocket, anschließend geht es zurück, zur gelben Tür, in der Mitte des Channels, die du mit dem Schalter, daneben, für kurze Zeit öffnen kannst, dahinter, erwarten, warten böse Leute, aber ich finde das toll, das spielt schon her, so grünlich hier, hier ist so schön grünlich, na gut, also, jetzt gehen wir da rein, äh, wenn du in die andere Richtung gehst, kommt auch natürlich ein Zug, also, da ist nix gut hier, ist klar, jetzt warte, äh, da müssen wir rein, da sind wir dann böse, kurze Zeit, oh, 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 ah, da sind böse, auch, da sind so böse, oh, ja, sagen wir, und da müssen wir jetzt, warte, haben die was, der hat was, man sieht es leider immer nicht, was, die haben da, der hat schaust der nicht, gut, Freunde, jetzt schauen wir uns die Sache mal an, äh, da ist der Aufsichtsrasenmäher, schau her, warte, guckst du, boah, hier eine schicke, andere Version, äh, jetzt müssen wir da rüberfahren, oder? Schläger und Schütze, äh, ja, quadbike, geh seitlich, nun fährst du die Rampe da auf und stellst dich so an die Wand, dass du in gerader Linie über die Gleise fahren springen kannst und die gegenüberliegende Rampe reißt, wobei du den Turbostart benutzt, Sandbremse ziehen, drüben springst du zügig über eine große Grube weiter, danach lenkst du aber sofort scharf nach links, äh, scharf nach rechts und oder bremst, um nicht in die nächste Grube, Also Handbremsen, jetzt warte, jetzt fahren wir uns da erstmal hin. Oh, warte, Springen ist rückwärts und jetzt müssen wir uns erstmal dahin pflanzen. Da hin, warte, so, und jetzt müssen wir da rüberspringen, also ganz zurück und jetzt speichern, das klingt noch wie ein Rasenmeer, spiel sichern, und Handbremse ziehen, warte und dann über die Grube, und los geht's, springst du zügig über eine große Grube weiter, danach lenkst du aber sofort scharf nach rechts und oder bremst. Oh, oh, oh. Oh wei, oh wei, gespeichert haben wir, gell? Jetzt warte, Handbremse ziehen, Vollgas geben und rüber. So, und dann, ah, noch eine Grube, und jetzt scharf nach rechts. Jetzt steig ich mal ab. Oh, absteigen, das wollen wir jetzt sehen. So, jetzt haben wir da, wisst ihr, das will ich jetzt sehen. Also, wir sind über den Dings gesprungen, oh, oh. Oh, ne, das ist kein Wasser, das ist Giftkäsesumpf. Wie kommt denn dann das Graffiti da hin? Ja, sonst ist da nix. Gut, und, äh, und dann schau auf rechts, weil sonst fallen wir da rein. wir wollen es ja mal angucken da ist nix sonst hier einfach mal rum schauen ein bisschen wenn wir schon da sind waren wir da vorhin schon mal wahrscheinlich oder ach da sind wir vorhin rein oder da sind wir vorhin da da oben rein oder von da sind wir gekommen oder zu fuß also vorhin gut und jetzt ist zwar über die nächste grube stottert hier der sound wieder ein bisschen knackt immer so ein bisschen weil das ist ich habe die original das gibt es ja nur als cd du kannst lost artefakt leider nicht bei steam oder ebay bei steam oder good old games kaufen es gibt es nicht es gab es gibt es nur gab es nur als premier collection damals also 3 und doppelt cd und zweite cd directors cut es gibt es nicht zum download eins und zwei directors cut gibt es kostenlos bei mir als download auf laraweb.de und ich mache jetzt kaffeepause handbremse drüben springst du über die große grube rechts und bremst jetzt musst du mit einem turbo start über diese grube weiter springen wobei du die kleine schräge als sprungschanze benutzt jetzt komme ich nicht mehr rauf jetzt stottert der sound so ein bisschen das ist hier ab und zu weil das klar das lebt irgendwie noch von jetzt komme ich nicht mehr rauf habe ich gespeichert handbremst turbo start handbremse ich habe aber gespeichert oder jetzt kümmert muss ich da jetzt rüber fragen oder kommen aufsteigen da geht es was mache ich dann hier hier steigst du ab und er legst einen arbeiter da komme ich nicht drüber muss ich da jetzt darüber noch noch eins rüberspringen da komme ich nirgends da steht müsste ich jetzt da rein wahrscheinlich schon kann man auch so einspringen warte ich dieses brauche jetzt immer noch mal oder oder soll man da jetzt rein springen naja kommt man könnte auch einspringen aber nicht dass ich das doch noch braucht aber ich glaube nicht nur mal beides quad back nimmer oder und da oben ist nichts geht darum da geht es zu sein kann man nicht über den kühler fahren nee aha jetzt geht der haupt ab jetzt schau jetzt sind wir bei dem schickten zug her da hier steigst du ab und links vom zug steht eine große maschine mit dem schalter den du drückst wodurch ausleben auf diese seite weiter vorne eine der drei toiletten geöffnet wird wo wir später im wahrsten sinne des wortes noch mal hin müssen wir müssen jetzt sind schalter drücken da sind wir auf auf dem artige maschine schalter drücken da hinten das ist die toilette da müssen wir später also jetzt sehen wir das hier toll jetzt rumpelt das ding bleibe auf dieser seite des zuges und steige auf sein dach wachen wir mal um dich auf der anderen seite auf den auf den steg am abgrund wenn dann wollen wir schon alle kommt der ein ölfass anzündet genau da hinten hat er ja wurscht jetzt oder wir müssen da runter irgendwie oder so glaube ich also ja müssen wir wir müssen da runter wo auch kommt da unten liegt so eine karte also so eine das muss ich jetzt machen nun springst läufst du nach links auf dem nächsten grauen steg weiter und ziehst dich bei dem nicht brennenden ölfass zu einer da ist er da da ist er du böser der steht da und schau blöd da war der hat der was ne wurscht ist jetzt wurscht bei dem nicht brennenden ölfass hochziehen zu einer rakete so gut das haben wir jetzt jetzt kreuz noch auch der arbeiter auf da unten liegt diese code karte wo jetzt die laras waffe hin zeigt ja gut dann gehe ich muss tatsächlich mit dem bike runterfahren auch wer weh ja gut dass sie naja du hast da gespeichert falls du nicht gespeichert gehabt wir müssen im bike und davon das gab jetzt keine sau tatsächlich dann geht es zurück zu deinem bike mit dem wir nun in die höhle hinunter fahren tatsächlich ja zurückkommt doch man könnte da oben rauf klettern oder wenn du dein bike vergessen hättest da drüben könntest du hier noch mal rauf oder und zurückspringen und holen weil wir müssen jetzt runterfahren anscheinend sie können wir da noch mal zu tschuldige boah hey super aussicht so vor allem jetzt müssen wir runterfahren das glaubt mir kein schwein ja wie denn zunächst musst du über die braune schräge auf das zugdach fahren springen über die braune äh das da wo du gleich nach rechts längst damit du nicht wieder runterfällst jetzt machen wir das auch mal daher vor ihr kopf ja das ist das kann jetzt hier dauern freunde wir haben es geschafft da müssen wir es gab mir keine sau viel besuchen und davon weil ich sonst nicht mehr weiter kommen auf der zugdach fahren nun fährst du auf die wache entlang und springst auf die rechte seite des vorsprungs auf der anderen höhlenseite auf die rechte seite des vorsprungs auf die rechte des graue hellgraue da siehst du und da müssen wir bei zu dem fass dann dort geht es hinauf in richtung ölfass also dem brennenden und da kommen kommen jetzt kommt jetzt noch mit dino saurier höhle spielt das ja gut jetzt haben wir kommen jetzt haben wir darüber rechte seite zum ölfass auf oder jetzt komme ich dann ah und dann ich bin schon mal da jetzt dann da runter oder wie du kannst nun einen sehr schwierigen abstecher zu munition oder den utzis selbst weisen sie noch nicht hast machen haben wir doch haben wir schon aber wenn du es noch nicht hättest redig und war rechts von der öffnungen die du gerade beim übersehen ist die braunen steinen felsen auf sie ich habe jetzt geschrieben das geht nach zehn totalschäden also ich bin zehnmal abgestürzt war denn da machen wir das nicht kann ich mir jetzt kann ich mir abstechen abstecher zu den utzis da dann machen wir das lieber nicht dort wo ist es dreh dich um und fahre rechts von der öffnung die braunen steilen felsen da siehst du oder rechts von der öffnung die braunen steilen felsen da kommt man zu fuß natürlich nicht hin auf der seitenwand der großen höhle ach so das ist jetzt draußen oder aber jetzt wenn ich da hinspringen falle ich runter wo ist denn das irgendwo muss man das weiß ich jetzt gar nicht mehr wo geht es denn da hin dreh dich um also wenn ich mich umdrehe und fahre rechts von der öffnung in der du gerade beim ölfaust gelandet bist die braunen steilen felsen hinauf zur seitenwand der großen höhle und lenke dabei so weit wie möglich nach rechts um auf einem kleinen steg in der ecke der höhle zu landen wo sollen wir das stehen wo sollen wir da hinten fahren das muss da hinten da hinten sein worte da die felsen da oben rum wir können es ja mal kurz probieren normal geht es darunter oder da rechts die felsen warte da zu kommen das muster wir können es mal wenigstens mal anschauen weil uns das macht wieder einer wo das ist und lenke dabei so weit wie möglich also da oben ist es nicht das ist und immer nach oben lenken das muss jetzt da oben sein oder da 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 muss ich auch wieder zurück da habe ich mich eingehaut wir schauen mal jetzt falle ich runter da oben da war man gerade oben drin und hier irgendwo ah jetzt kommt einer das bin ich hätte es muss weiter oben hätte es gewesen sein müssen oder da sind fackeln ah ich sehe es schon warte ah jetzt hole ich runter das bin ich schon bei der keycard sind wir schon bei dieser schlüsselkarte bohrer activation drill activator card das hätte da oben sein müssen siehst du da oben oder wahnsinn das geht da ewig oh da ganz oben der jetzt wo lachers kopf ist das ist die höhle oberhalb von lachers kopf ist die höhle wo wir gelandet sind siehst und da links irgendwo noch ein bisschen oberhalb müsste der steg sein wo man die uzi ist kriegt und ok lass sagen wir es noch mal probieren er guckt dann heißt sie sich jetzt nicht gemacht jetzt bin ich da da sind sie sie ist jetzt komme ich nicht mal zurück warten kann ich da absteigen ich kann da absteigen ich kriege flühe da sind die guckscher her weil das da wären jetzt die uzi sich haupt wenn ich es nicht schon hätte oder uzi munition falls man die uzi schon hat siehst du das ist ja in der hülle zu landen hast du es gesehen ich habe es ich habe es gezeigt hehehe dreh dann vorsichtig um und fahre zurück zu dem ölfass ging bei mir nach zehn totalschäden aber ich bin früher mal motocross gefahren ja ich bin wirklich motocross gefahren hobby mäßig jetzt können wir da warte speichern auf dem neuen weil jetzt komme ich nicht mehr raus oder aber das bike steht schon richtig oder ist das so könnte ich jetzt muss ich wieder zurückfahren siehst du haben wir schon da unten aber das bike steht kann man noch schnell die gegend bewundern da ist der zug in der mitte abgebrochen hier ist irgendwas böses passiert weil das war der willard oder irgendwer die haben da unten auch so grünes giftiges zeug und jetzt muss man wieder zurück fahren also jetzt wieder zurück da werden die putzes ja jetzt komm ich nicht mal doch also siehst du hier um die hopp da nicht ins ölfass also hast sehen darauf und um die ecke so jetzt haben wir haben genau eine halbe stunde gespielt freunde spiel sichern dann streiche ab und sichere meine sicherung ist so witzig da habe ich neulich mal in irgendeinem video gesagt der zusätzliche zusatzinhalt und dann habe ich einen kommentar gekriegt dass ich da zusätzlicher zusatzinhalt gesagt habe das ist also damit ich meine gespeicherte speicherung speichern kann das entbehrt nicht einer gewissen komik aber lassen wir das mal gut ja hier haben wir jetzt hier speichern wir hier speichern wir jetzt speicherungsmäßig freunde die speicherung sicherungsmäßig gesichert und machen pause und sehen uns gleich wieder herzlichen dank für eure aufmerksamkeit seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und traget meine botschaft hinaus in die weite welt auf dass es euch wohl ergehen möge tschüss bis gleich